. So, Leute, Moin! Ihr habt's gehört, gestern Abend spät ist noch die Conchip Pazifik reingekommen und beim Ausladen ist ein Container zerdeppert. Das haben die gestern noch einzeln in den Halle 5 reingefahren und der ganze Krams wird heute als erstes als Stück gut abgeholt. Hans Werner, du bist hier der Schnellste mit dem Stapler. Zack, raus mit den Sachen aus Halle 5 und ordentlich aufm Hofstapeln. Ja, Meister, aufm Hofstapeln. Hans Werner! Hä? Hä, Hans Werner, hier, warte mal. Hier nu, nur als ich sagte, schnell. Hier, schnell, ja. Aber auch sorgfältig. Ja, Meister! Sorgfältig, hörst du überhaupt? Hier, sag mal, Digga, unterhalten wir uns überhaupt, oder was? Guck mal, hier. Hans Werner, du kannst doch nicht alles auf ein... Das passt doch nicht. Das ist doch so. Ja, Meister. Hans Werner, ich fange langsam... Ich fange langsam an, sauer zu werden. Ja, du, Chef. Könntest du mal eben hier... Das wird doch so nix, Mann! Ja, nee, Hans Werner, schönes Ding hier. Und nu? Wieso? Aber ist doch ein schöner Turm, oder? Das Ding ist ja 50 Meter hoch. Wie wollen die das denn verladen, bitteschön? Das hätt ich doch so in der Haufen- und Werftschule gelesen. Hast du dir das eigentlich mal angeguckt dabei, oder hast du das da einfach nur hingeknallt? Da ist doch eins auch gestapelt! Alter! Hans Werner! Komm hier sofort rüber! Wie lange arbeitest du hier eigentlich schon? Morgen nicht mehr mitgerechnet! Ich dreh durch, Alter! Du bist fertig hier! Wie viel von oben? Frühstück! Ich glaub, der Alte ist sauer, du. Geh mal lieber nicht und frau noch mehr Geld. Lass mal Säunde!